Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Mausdetektiv anzunehmen bei Jaren in der Saralekhöhle an dieser Stelle. Nehme die Quest hier mal an und wir müssen Fährten folgen. Okay, dann geht's hier lang. Vermutlich werden wir auch kämpfen müssen. Aha, müssen wir hier hin. Vielleicht mit Argvul. Argvul. Vielleicht place ich hier anklicken. Hier ist auch die Position. Ah, und dann ist die Quest bereit zu abgeben bei Argvul in der Saralekhöhle. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonniertknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.